Also, dann darf ich jetzt nicht looten, was ich brauch. Du darfst, das, was drin ist, darfst du jetzt auch nicht. Gebärbelast ist aber gut drinnen. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Easy Waro 4. Hallo. Hallo. Wie werden jetzt zwei Leute nachtscheuern? Direkt, ja. Direkt, ja. Oh, ich bin auch da. Der Felix-Player und der, hey, sollte der Admin sein, der Luca-Blocks. Mhm, das sind beide Admins. Warte, ich bin da gerade in der Nader und vorne, hinten ist zu. Ja. Bist du schon da? Nur wenn du vor mir einloggst, kann ich die nicht einloggen. Warte, ich geh trotzdem zu der Base, gell. Ja. Wir werden wohl nicht zufällig genau wechseln. Ja, und wie man schon hört, ist der Stevie heute live dabei. Hallo. Hallo. Wir haben uns ja perfekt ausgestattet, auf jeden Fall. Ja, Gott sei Dank. Äh, Hux, wo geht's lang? Ich weiß es nicht, da. Bei mir. Achso. Einmal kurz durchhauf ich eigentlich. Äh, bei Ben Kabel ist da am Glück. Was ist die Frage? Oh. Oh, ich hab zu viele Items, ich kann mich nicht mehr aus, Steve. Was? Was? Die Zeit ist abgelaufen. Was? Das sind zu viele gute Items, ja. Was? Eure Zeit ist abgelaufen. Sharp 3, Sharp 3, Sharp 1. Wer macht den Sharp 4 schwer? Knockback 1, 2, das hab ich alles. Ich brauche Ladders auf jeden Fall. Ja. Und Blabberkübel. So, wie ist die zu dieser? Folge, Moa, wo weiß ich bin. Hä? So was so. Sind die eigentlich auch im Miniatur? Ja, Folge neu. Ich bin bei mir, weil wir sind kein Faktor. Ja, Philipp. Ich brauche nur Levels, glaube ich. Ja. Also, Steve, ich hol eine Kiste, das ist eine gute Idee. Nee, nee, Alex. Das war ja nicht der Sinn des Versteckspiels. Ist das offensichtlich, dass man sieht? Am Spawn halt. So viele Kisten sind, glaube ich, am Spawn gar nicht. Okay. Okay. Wenn diese jetzt gelootet haben, habt ihr ein Problemchen. Ah, Alex, kannst du einen Anbuss hier bauen? Der sollte in der Kisten sein. Na, ihr habt's. Du hast noch etwas. Hast du noch Diers, oder? Nein. Ich hab jetzt eine Spawn verliebt. Spawn? Ich suche mitgekommen, aber... Weiß ich nicht. Eigentlich brauche ich Levels auch. Ja, ich habe noch Levels. Ich hole die Kiste und Spawn. am schluss stehen sie jetzt am spawn alex hast du die arschkarte ja dann geh wieder zurück gerne geht es was labefühl brauchen die 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 3 oder und sie haben uns drinnen wie jetzt du crisis hat die brot 2 von mir gekriegt und die brot eins vonrea borde jerda Ja, in die Kiste da rein, ja Gott. Oh, da steht der Pikmin und ich denke gerade so, wait. Warum verzaubert ihr nicht beide Diabros-Platten auf 2 dann? Ja, ich brauche Levels. Ja, wieso? Von Diabros-1 und Diabros-1 auf Prot 2 kostet 4 Level. Ja, 0. Das ist Quarz, 7 Stück abbauen, dann hast du deine 4 Level. Ja, bin ich da dabei. Wo ist eure Kiste? Ich habe schon 3 angefunden. Was hast du gefunden? 3 Kisten, aber nicht deine. Ja, ich soll jetzt nicht Hashtag nur zu zweit, oder? Doch. Echt? Ja. Ja, echt? Ja. Da ist nichts mehr drin? Dann wurde sie wahrscheinlich schon gelootet. Da ist drin, also dann darf ich das nicht looten, was ich brauche. Ja, du darfst, dass was drin ist, darfst du jetzt auch looten, ja. Wir werden lassen das aber gut drin. Was drin ist überhaupt? Hä? Wir müssten in der Nähe sein, weil das sind die einzigen, was noch anstrahlen sind. Yo. Da ist nicht so viel feuchtliches mehr drin. Dann haben die jetzt wahrscheinlich Brot drin. Ach nee, das ist Felix, gell? Die haben Power 4 Bogen und Brot 2 auf alles. Und Sharp 4 Schwert. Wenn ich 16 Levels habe, habe ich Sharp 4. 16 Level? Mhm. Wie viele Bücher haben wir? Mit Knockback 1. Ich komme wieder in die Hölle, gell? Du kommst doch so in die Hölle, Alex. Mhm, Kampf. Sie fragen nach Kampf, nee, wir müssen erst dann so ein bisschen sammeln. Es kann natürlich sein, dass die anderen nicht immer dumm gehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, aber... Du müsstest mal auf den Kanal gucken, wo sie in der, äh... Was ist Mittwoch? In der vierten Folge sind. Aber da werden sie noch in der Hölle sein und fahren. Mhm. Ja, nein. Ja, und Fight nicht. Hm? Später. Also, wir haben schon... Wenn wir unsere Equipe fusioniert haben. Wir haben zu... Ja, dann wird es nächste Folge erst. Ja, weil die haben ja angeblich jetzt... Ich würde mal behaupten, deine ganzen Sachen. Und das ist ein bisschen cool. Nee, es sind nur noch drei Teams, Alex. Okay. Das ist die Maschine, der eine Admin und das Admin-Team. Und ihr. Juhu. Mehr ist es nicht mehr. Und die wollen ja nicht fighten. Die wollen ja bis, äh... Jetzt war... Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gaps, weil sonst sind wir vielleicht normalerweise nichts. Ja, das sieht's aus. Ja, dann haben wir eben dann gerecht. Ja. Oh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wir sind schon Level 9. Ja, 15. Also cool gewesen, wenn die Kisten voll gewesen wären, mit den ganzen Items von Steve. Aber leider nein. Oh ja, er hat da nur noch rumgefüllt. Aber noch nichts. Ja, wenn man Quatsch sucht, kann man ja das nicht machen. Ich hoffe, der Sieg mich auch, ne? Mhm. Ja, ich hab mir da jetzt Kerzen in der Begaffung geflogen. Ja, okay. Ja, da oben ist er aufgekwarzt. Wie war das? So, 16 Levels. Jetzt kann ich hier auf die 4 kraften. Ja, ist gut. Aber ich muss jetzt den Weg zurück. Ich finde, der ist gerade sehr konzentriert. 10 Levels. Hopp. Ja. Auf und umdur. Mhm. Ich habe schon ziemlich viele Levels gefolgt, ne? Bei den ersten Levels habe ich es geniessen, sehr schnell. Oh, da ist alles voller Quarz, da habe ich echt Glück gehabt voll. Ja, bei mir war es halt voller Quarz. Ich glaube, ich komme mal wieder zu dir zurück, gell? Und wir sollten langsam unser Base bei einem anderen Team bauen. Ja, aber du hast gar kein Quarz mehr in mir. Erstens das und unsere Folge werden gleich mal so weit kommen, dass wir da schon mal dumm eiern. Ja, ich habe 5 in mir rum. Ich habe das nicht versteht. Ja, ich könnte aber direkt fighten. Ich habe schon 4. Nein, es geht nicht los. Ja, fighten wäre dumm, oder? Ja. Ja, jetzt machen wir gegen den nächsten, gell? Ja, gegen den werden wir dann wahrscheinlich als nächstes fighten. Wahrscheinlich, gell? Alter, wir können da und bei uns noch bei der Base sind. Wir warten dann. Auf was warten? Ich gebe noch von Zeit, oder was? Ich bin da, wo wir heute angefangen haben, Philipp. Ja, heute noch. Ja, die können wir noch eine Folge aufnehmen. Aber dann haben wir viel zu viele Ballen aufgenommen. Ja, Philipp, wir müssen uns jetzt 5 Minuten lang noch craften, wenn wir das gewesen sein. Dann werden wir fighten, oder? Ja. Ja. Ich bin da, wo wir heute angefangen haben, Philipp. Ja. Also, das Problem ist, Philipp, ich brauche unbedingt Äpfel. Ja. Also, ja. Ja, schaut mal, dass unsere alles wichtige mitnehmen und dann die Dinge gehen. Wir haben, glaube ich, genug Level. Philipp. Ja, ich muss noch ein paar Sachen bezahlen. Ja, wir haben ja nicht immer die erhalten, aber was wollen wir machen? Ja, ich habe auch über Eisenhallen. Ja. Ja. Und das ist nicht alles Kraft des Diefens, ne? Ja. Boah, schreckt mich nicht so tief. So, bin ich wieder da. Ich bin gerade noch am schmerzen. Wie sieht's aus, Jungs? Ja, wir werden nächste Folge fighten. Gegen? Gegen die. Nächste Folge erst. Ja, es geht. Wir haben viel zu wenige Gaps, oder? Wie flatt ihr? Drei insgesamt. Ja, ich habe es nicht so für uns gegeben. Hm? Philipp, recht zu scharf. Ich habe es uns viel zu wenige Gaps gegeben. Wir haben euch gar keine gegeben, weil wir nur einen mit hatten. Ja, sag ich ja. Hallo, ihr habt schon zwei komplette, fast komplette DIA Rüstungen gegeben. Was wollt ihr mit? Ich habe es ja nicht einmal einen DIA erhalten gehabt. Nö. Ja, sag ich ja. Wir hatten aber den Rest alles BIA. Ihr hattet nur eine BIA. Prost, also. Beschwer dich mal nicht. Ja. Ich habe es ja nicht. Was ist das? Hast du irgendein FIIRESPEC umlegen für dich? Na, ich habe heute nicht. Ich habe heute nicht. Ich will ihn jetzt sehen uns im nächsten Projekt. Was ist das? Hey, Alex, hast du einen Verzaugungstisch? Hast du einen Verzaugungstisch? Was? Hast du einen Verzaugungstisch? Ja. Iron Helm? Ja. Okay. Ihr dealt in der neunten Folge mit Iron Helm. Jo, machen wir doch echt. Ja, wirklich. Ich habe gleich mit Iron Helm Bot 3. Iron auf Bot 3. Ja, habe ich jetzt echt. Mir kostet 5 Levels viel. Boah, nee. So viel bezahlt sie für Bot 2 bei dir. Ja. Alles konzentrieren Iron Braum kraften. Boah, du könntest dir locker Iron auf 5 machen. Ja, aber du hast du vielleicht. Levels noch 4. Okay. Okay. Mhm, okay. Alex. Ja? Iron könntest du dir locker auf Bot 5 machen. Warum? Ja, weil Iron hast du im Überfluss. Machst du den immer zu Helme, 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 bis du Bot 5 hast. Ja, aber Bot... Ich habe jetzt auch Helme kraft, aber ich spiel sie gar nicht aus. Wie die Levels. So. Ach, da ganz oben ist das ganze Level. Das ganze Level. Ja, wir müssen unbedingt noch Schnurr, Philipp. Dann nächste Folge Gaps Farmen gehen. Ich kann euch sagen, wo Bäume sind, wo ihr Gaps Farmen könnt, wo ein Sumpf ist. Ja, das wäre gut, ja. Ja. Da wo... Von wo sind wir gekommen? Da wo... Da wo ihr standet, wo wir gefaltet haben, gell? Jo. Entgegengesetzt. Also nicht Guck Richtung Netter Portal, sondern in die andere Richtung. Da müsst ihr auf den Sumpf kommen. Was mache ich heute? Da ist ein Sumpf. Da ist ein Sumpf? Sumpf. Achso, wie viele Bücher habt ihr? Hab ich ja vorhin schon mal gefragt. Wir haben relativ viele sogar gerade noch. So macht ihr euch keine Bücherregale und stellt die um den Zaubertisch? Jo. Warte, ich habe... ...Earth. Geht ihr das aus? Hm... Es sind drei. Ja, drei. Ja, da hättest du schon mal mehr Chancen auf Fire Aspect auf dem Schwert. Ja, Fire Aspect braucht nur sieben Level. Ja, gut. Ich bin ganz hoch. Oh, ich habe noch mal ein halbes Herz. Du hast noch ein halbes Herz. Ja. Du machst schon wieder nur Mist. Und ich habe gerade gewundert, warum ein Wasserkubler nicht im Eventar ist, wird noch fallen. Ja, weil ich disconnect schon mal. Ich auch. Ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Echte, ohne Gefahr auf jeden Tag hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts von Wasser holt. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao.